Und wir sind zurück. Das Kampf-Tranier beginnt und wir müssen immer noch schauen, wo wir einen Arzt finden. Nach dem letzten Mal bin ich immer noch ein bisschen überrascht, was sie zum Visales Intumer Welt erreichen können. Okay, now we're gonna kill some zombies the old-fashioned way. Keep your eye on the right, we got time to become. Dammit! Nice work. You really kicked some ass back there. Thank you. Leave the way. I got this. Don't worry. Sekunde. Das sind vielleicht ein, zwei zombies. Als sie zum Fuß gegangen sind, waren wir um die Zehen. Das konnte ich jetzt noch schnell ausnutzen. Und mit dem... Na, ein Stein. Und mit dem Lupen... Das war ein Haus mit zwei Stockbecken. Das heißt, mit dem Geschoss und dem ersten Stock. Das war ein Haus mit zwei Stockbecken. Das ist aber schön angerichtet. Ist auch so gut wie nichts. Kaputt. Wir haben gleich ein bisschen Müll am Boden. Und... Schränke offen. Mehr nicht. Das Tischbein können wir mal gerne hier lassen. Schau' ich mich auch, welche Familie Tischbeine in Schränken hat. Ist halt ein bisschen mündlicher und... Und... Da liegt eine Xbox. Mit Controller ist ja natürlich... Äh... Ein Microsoft-Spiel. Also haben wir natürlich das Recht auch die Xbox da rein zu... Platzieren. Ja... Interessant. Da liegt... Ein Getränk. Ist natürlich... Äh... Hart verpixelt. Aber die Xbox haben sie relativ gut wie Zeitfolge. Sie sieht ja schon ziemlich gut aus. Aber vom Laden... Ein bisschen komisch. Der Controller sieht ja... Fast detailreich aus. Mit... Licht-Defekten und alles noch drin und dran. So gehen wir. Ich find's doch einfach so schön wie jeder in diesem... Wie jedes Haus in diesem Spiel... Ein Flachbild-Fernseher besitzt. Ah. Ich werde das nach Hause gehen. Ich werde bereit sein. Ich werde bereit sein. Das ist wahrscheinlich niemand. Eine Pistole. F***ing süß! Oh kass, in dem Haus gibt's verdammt viel auch. Einen Spiegel hätten sie ein bisschen besser machen können. Außer dass er so verdreckt aussehen. Ja, Molythof, den können wir weg machen. Medikamente werden wir immer brauchen. Obwohl wir sind. Soll ich nur einsetzen? Ich weiß nicht. Lieber nicht, wenn der dabei ist. So, das ist jetzt wieder. Ich hab auf... Verbündete geschossen. Das Munitionshaus... Da... Diesen Waffen-Shock würde ich auch mal gerne unter die Lupe nehmen. Da braucht es bestimmt 4, 5, 4 ge... Unsere Psychiaterin... Wir sind so Psychiater... Äh, ich will durch das Fenster... Komm, durch das Fenster... Essen haben wir jetzt auf jeden Fall ziemlich viel... Ach ja, er ist hier einfach mal verletzt... Gute, du musst ihn nachdenken... Von dem Sound of Things... Er ist schon gut... Great... Okay... Ich bin auf mein Weg... Du möchtest kommen zurück und re-stocken... Du musst nicht in Unpreparedest... Gehe den Weg nach dem Süd-East aus der Stadt ein bisschen... Du sehen einen Dirt-Path auf der Seite... Follow das all den Weg zu den Barrett Place... Du kannst es nicht missen... Oh... Word of Warnung über den Wilkersonen... Ich sage nicht, dass sie nie jemanden in cold blood... Du möchtest, dass du mit deinem besten Behaviour bist... Das ist alles... Wahrscheinlich eine gute Sache, dass ich nicht Edda bringe... Hm... Warum? Die kennt ja Edd nicht, richtig? Nein, Doc ist gute Leute... Er kann manchmal ein bisschen krusty sein... Krusty, wie wie? Jeder würde lieb, dass Doc als voll-time resident haben... Aber er hat uns alle von uns... Er sagt, es würde... seine Möglichkeit, nach all seinen Patienten zu schauen... Niemand hat die Gutsch, um das Problem zu schützen... Sieht aus wie ein echtes Old-Time-Country-Doktor... Er machte Haus-Calls und alles... Sieht aus wie ein bisschen... Ich habe mich mal über diese Mission informiert... im letzten Cut... und... ... ich habe erst mal geschaut, ob man den Doc selber hat muss... oder... ... oder... ... oder... ... was auch... ... und... ... und... ... und... ... und da hab ich gesehen... ... und muss man sich... Wir packen einen älteren für euch. Du hast es nicht geschafft, Lily. Entschuldigung. Danke. Ich meine, ich wusste schon etwas, aber es ist gut, dass du es lautst. Die ist leider müde. Markus... Okay, benutzen wir ihn mal. So, ich bewaffne mich hier noch ein bisschen. Flinte mit Gewehr. Ich muss das Gewehr mit. Also, nicht zu denken, dass du uns verletzt kannst, dich von allem zu entfernen. Denn wir werden dich schreien. Sie sind offen. Das ist alles. Hm. Wow. Ich bin da gegen gefangen. Was ich jetzt ganz schön hatte. Wahrscheinlich nur Dekoration. So, wie jetzt hier... Hat ja gesagt, wir müssen da abbiegen. Das ist ein anderes Haus. Da ist... Hütten irgendwas. Ich bin nicht sicher, ob wir noch... Ob wir noch auf den richtigen Weg fahren. Also, wir bauten uns so einen umständlichen Weg... ...dass wir direkt da vor uns gestanden werden. Als wir so auf einmal so einen Weg fahren. Naja... Insofern ist es auf jeden Fall definitiv. Oh, da zockt halt aber nicht viel aus. Wir nehmen nicht ernsthaft den unerwarteten Gästen. Du kannst ernsthaft schreien! Auf jeden Fall! Wo ist Doc Hansen? Wir müssen gehen. Doc sagt Eli nicht gut zu gehen. So, wir sind nicht zu gehen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen... ... aber es ist eine ganze Menge von ihnen zu arbeiten. Das stimmt, Mickey. Also, warum machen wir unseren Freund hier zu arbeiten? Okay. Du hältst seine Hand. Ich werde mich auf den Weg schauen, Eli. Das ist Ihr Telefon, ob Sie sich helfen wollen. Es wäre ein Schmerz in meinem Arsch. Weil ich wäre mehr als glücklich, dass Sie zu einem Baum knallen. Und Sie als Bait benutzen. Okay, dann. Lass uns zu arbeiten. Ja, ziemlich sympathische Leute, finde ich. Ja, ich würde sagen, wieder kleiden. Eine kleine Folgenpause. Und bis dann auf Wiedersehen bei der großen Schlacht. Wenn sie kommen, dann werden wir ein paar. Wir müssen die Fenschen setzen setzen, wo wir können. All right? Wir beginnen, diese hierher WINDOWS. Da muss man etwas Lumber sein. 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 Vielen Dank.